Ein 22-jähriger Mann stellte sich am Dienstagnachmittag in Begleitung einer Anwältung in Kassel der Polizei. Der Mann gab an, er hätte etwas Schlimmes getan. Auf Nachfragen der Polizei gestand er dann, eine 49-jährige Bekannte mit dem Messer angegriffen zu haben. Sofort fuhren die Beamten des Kommissariats 11 zu der besagten Wohnung in der Kunolstraße in Kassel und fanden die Frau leblos am Boden liegend. Ein herbeigerufener Arzt konnte jedoch nur noch den Tod der Frau feststellen. Wir haben heute Nachmittag sehr aufwendige Spurensicherungsmaßnahmen hier in der Wohnung durchgeführt. Die Gerichtsmedizinerinnen waren vor Ort. Der Leichnam ist abtransportiert worden. Wir vernehmen zurzeit den mutmaßlichen Täter. Zum Ergebnis kann ich im Moment noch nichts sagen. Wir haben auch noch keine Hinweise auf ein mögliches Tatmotiv. Das könnte sich im Laufe der Vernehmung ergeben. Die wird heute fortgesetzt, nötigenfalls auch morgen. Die Staatsanwaltschaft in Kassel hat schon angeordnet, dass der Mann morgen wohl dem Haftrichter vorgeführt wird. Es wird auch eine Obduktion geben des Leichnams. Dann wissen wir genaueres. Offensichtlich hat der Mann die Frau zwischen Donnerstag und Freitag getötet. Genaue Angaben wird die Polizei erst machen können, wenn die Obduktion der Leiche abgeschlossen ist. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei hat die Frau alleine in der Wohnung gelebt und soll von ihrem Mann geschieden sein. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.